Die Götter werden zuerst vorgestellt. Die ersten Bewohner der Erde sind die Riesen. Die Elemente sind das Wasser und das Feuer, Loge als Feuergott. Und die Rheintöchter das Wasser, in dem durch die Sonnenstrahlen das Gold erleuchtet. Und eigentlich ein Naturzustand, den man belassen sollte. So zerstören wir die Natur überall permanent in der ganzen Welt. Und das sind internationale Themen, die in Korea so wichtig sind wie in Deutschland. Darum machen wir das Stück. Hier und jetzt. Hier gehen wir in die Sammlung. Das sind Bilder aus anderthalb Jahrhunderten, die ich schätze und sammle und kaufe, ersteigere und so weiter. Die Leute sind leicht überfordert, aber das haben sie gerne. Die haben Tränen in den Augen mitunter vor. Wiedererkennen, sich selbst finden. Ich habe ja keinen Namen dran. Niemand weiß, was wertvoll ist im Kunstmarkt und was nicht. Wobei ich ja Wert immer nur ideell finde. Hier geht es weiter. Der Ring ist ja ein riesiges Werk, 16 Stunden Theater, besteht aus vier Teilen. Jedes Stück in sich hat da einen ganz eigenen Ausdruck, eine eigene Welt. Wir versuchen das mit Farben zu bestimmen. Ich kann mir vorstellen, dass der Raum ganz schwarz ist im Vorspiel. Dann sieht man diese Ellipse. Dann spielen solche Dinge eine Rolle, die dazu kommen. Perspektivische Linien, dass plötzlich alles nach vorne klappt. Dann haben wir dahinter noch ein Netz mit lauter Beleuchtungskörpern verschiedenster Art, die aufglühen und Höfe bilden und wieder verglühen, so dass man den Kosmos auch wirklich ins Unendliche treibt. Der erste Brudermord findet statt. Die Riesen schlagen sich um den Besitz des Ringes und dezimieren sich. Der eine stirbt, der andere wird zum Horter des Goldes als Drache. Ich sitze und besitze dieses Gefällige. Alle verhungern, aber er besitzt. Das sind alles internationale, große Themen. Auch die Heimatlosigkeit. Ich bin sehr aufgeregt, das alles zu erzählen mit diesem Werk. Ich bin sehr aufgeregt, das alles zu erzählen.